Und wir kommen zur vierten Schnapszahl Folge 44 Ship of Europe, Satellite over France Das ist gern für Aktivitäten Satellite coverage now available over France Assign your research? Das geht glaube ich nicht Gallup chamber available for construction Die brauche ich zum beenden Psi-Armor Ach genau das brauche ich Die armor verstärkt extrem Wir brauchen noch Geld Achso genau bei Psi-Armor Da werden die Psi-Angriffe der jungen Leute extrem verstärkt Die das anhaben Assign your project Foundry Scope upgrade Reduzend research time More critical shots We are certainly keeping the boys Sign your research project Ich glaube das war es aber Psi-Armor available for manufacture Genau So Mehr kann ich nicht erforschen Commander We have multiple reports of new abductions in progress The locations are marked on the hologlobe United Kingdom Canada Scientist Ich brauche eher engineers damit meine Kosten runtergehen China Es ist egal Dann nehme ich China Confirm Final line Ripperman Watson Abducken Und I don't know I can't Sicherheitsab Falls die doch mal ausgestellt wird Noch einen zweiten Drang Der das schon stabilisieren kann Auch wenn sie keine Skills sind Da war es so richtig Launch break We have visual on the mission site setting down. Gnassaut. We're heading into China for the next operation. We've just res... Undschwischen. Ich werde sogar wieder da raus springt. Oh, die Kalle kommt mir irgendwie bekannt vor. Hier habe ich doch schon eine Extraction gemacht. Ja, das ist die Kalle mit der ich die Extraction gemacht habe. Oh, dass er die Tür überhaupt aufkriegt ohne sie zu zerstören. Oh, ich lege mal kurz hier weg. Hopp. Toll. Mhm. Okay. Alles klar. Das ist mal eine Einladung für eine Granate. Am Auto. Zwei direkt nebeneinander. Wie geht das Auto nicht gleich in die Luft? Das ist mal eine. Dann muss ich nachdenken. Und die trennen natürlich voll mit neuen Schaden, ja. Oh, nö. Ich will doch nicht direkt mal in Support vor, das ist nervig. No, und ne Granade. Au. Aua. Also fliegt den jetzt in die Luft. Aua, die fliegen alle in die Luft. Yay. So, grünen müsste ich erstmal, würde ich sagen. Heiß dich selber. Neun? Wie komme ich auf ne ungerade Zahl? Achso, weil ich nur neun Leben hab wahrscheinlich, oder? Auf dem Weg. Ich würd gern die beiden weg haben. Ich würde es sagen. Also, ich würde es sagen. Echt? Ich würde es sagen. Nee, ich geb mir bestimmt nicht zu dem kaputten Fahrzeug. Die muss aber doch noch weg. Oh, jetzt können die beiden Fahrzeuge nicht aufschliegen. Da passiert nichts. Fast meine Leute. Hey, läuft er weg? Nee, läuft nicht weg. Doch, er läuft weg. Über eine Wallen. Oh. Mhm. Ich bin gerne eine Nahkämpferin. Jemand, der sich so befreut, wenn die wirklich nah ran wollen, unbedingt. Ich bin mir momentan gerade ein bisschen. Bisschen sehr. In Bewege. Und eins rüber, bitte. Hey, ihr könnt doch klappen. Oh, oder auch nicht. Wie, wie die Schüsse, die er abgibt. Ah, lol. Oh, der Ball ist vorbei. Negative Damage. Oh, au. Zehn Schaden, ey. Ich hätte doch die Damage-Reduktion nehmen sollen. Woll. Wollen wir nur Seite rein und sagen Hallo. Kommt mit der Pistole weg. Kommt WhatsApp. Guck, guck, guck! Gipsy. Oh. Oh. Herrlich. Die Dinger geben sogar Geräusche, wenn sie zurückziehen. Die Dinger heilen wieder her. Alle zählen wieder oben. Auf meine Weg. Auf die Fähle. Die Dinger heilen. Er muss weg, damit ich mit meinem Sniper hinfusteln kann. Und jetzt mal nach Kannst du eh nix von anderem machen Wenn wir natürlich auch direkt hier hoch können Oh ne Nicht nur auf dem Silbernen Teller Wenn ich mich da so hinpacke Let's get started Ja, Gegner Entfallen meine Sniper Hoffentlich Hm Soll natürlich auch die Snipergewehr in die Hand nehmen 47 Und 47, na herrlich Und der hat nur einen 76 70 Wenn der Critical Strike hat funktioniert Ist das eine Holocaust Ich könnte helfen Aber ich glaube Kaputt machen kann ich das gar nicht Und so Ich sehe ihn immer noch Oh Na toll Super Wo sie halt hinschießt 5 Kilometer an den Gegner vorbei Mhm Ich mach den ja ganz vorne erstmal wegzumachen Ich mach den ja ganz vorne erstmal wegzumachen Und es wird komplett vorbei geballert Ach ne Beischießen Beischießen ist schlecht Wer hat denn dir das beigebracht Wir gehen da jetzt Wir leben hatten denn noch? 5 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 Reaktion Shot Beide Treppen Gut Das ist das andere Melt Geh jetzt mal direkt auf Full, damit du eine direkte Feuerunschutzung geben kannst Du musst gar nicht hinterher, auch gut Da habe ich noch eine, die ist ein bisschen weit abgeschlagen Vielleicht kriege ich ja das Melt noch Die Mucke immer in den Vars, ey Oh, das ist ein Supermärkte, das ist ein Supermärkte da stehen Hey, hörst du irgendwas? Melt lost Schade Prüfe zu, vielleicht kriege ich es ja noch Oh, das ist gespielt Toll, ist wieder jetzt drin Und noch nachladen Du lässt auch mal nach Du lässt auch mal nach Du lässt auch mal nach Du lässt auch ziemlich aufgeschossen Du lässt auch mal nach Du lässt auch ziemlich aufgeschossen Du lässt mich jetzt nicht anzeigen, dass irgendwas auftaucht ist Das war sehr super Das ist das wieder nicht mehr Ist das super Ist das super Dann geht's 50% Spiel ist, ne? Beide sind im Hinterkopf. 2015. Tjo. Wurde bloß die Rüstung bloß in... Mitleidenschaft bezogen. Gezogen. Bezogen. Heavy Flutter, Cybertus, Drone Wreck. Continue. Ja. Oh, Wahnsinn. Die Panik. Nein. Ja, ich danke. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt demnächst mal zu Ende. Ich brauche noch ein paar Psi-Leute. Ja, bis bald.